Hey Internet und Jodo drückt bei 3. Wir halten er... Okay, das war schon mal ein wunderbares Beginn. Also so, mein Freund macht man das nicht. Okay. Wow, wow, shit! Ach, au, er hat jetzt automatisch... Okay, wo ist er? Du musst nur A drücken, mein Freund. Du musst nur in einem Einzelnen, als er nicht mehr auszuladen hat. Aber ihr habt ihr gestorben? Ja, aber wenn uns die eine gewisse Frage, wenn wir die Männer verletzen, dann können wir uns wieder nachdenken, dann können wir uns wieder nachdenken, dann können wir uns wieder nachdenken, dann können wir uns nicht mehr. Das ist ja nicht so, dass wir uns nicht mehr verletzten. Das ist ja nicht so, dass wir uns nicht mehr verletzten. Das ist ja nicht so. Weißt du, der Rot, nix. Weder den Boden noch Wasserflächen berühren. No way. Okay. Nur, okay, ich halte nur RT. Was soll schon passieren? Augen zu und durch. Oh mein Gott. Vielleicht nicht Augen zu. Oh mein Gott, nicht zu schnell. Oh, Mama. Alles klar? Okay, wunderbar. Ich bin auch total erschöpft. Oh mein Gott. Okay, macht alles automatisch. Das ist super. Ich muss nur lenken. Easy. Hey, wer ist denn hier oben? Ein Hönnchen. Eich. Hopp. Wo ist er denn? Oh Mann. Oh, jump. Yes. Jump, jump. Oh mein Gott. What, 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 what? Oh no. Ich muss auf ihn warten. Oh Gott. Ja, was soll ich denn? Woher soll ich? Was soll? Okay, mein Freund. Machen wir kleine Pausen zwischendurch. So, bist du hier? Ja, jetzt geht's ja. Hopp. Hopp. Ja. Alles klar? Und. Go, go, go. All right. All right. Total easy, mein Freund. Bro. Alles klar, wunderbar. Dann kannst du ja weitergehen. Mach hin, ey. Mach hin, ey. Hopp. Alles klar? Ganz schön weit hinten. Aber solange du nicht... Warte, wo muss ich hin? Oh, schieß. Ja, okay. Geradeaus weiter, oder? Hopp. Ah. Ja, art it cool. Und... Hopp. Ja. Und go. Was? Was ist? Oh, mein Gott. Oh. Du bist nicht... Ja, kein Problem. Meine Güte. Können wir jetzt weiter? Ja, ich peinlich mit dir. Warte, hier rauf. Hopp. Muss ich dauernd... Oh, mein Gott. Komm doch weiter. Okay. Hopp. Na komm, na komm, na komm, duur. Hopp. Hopp. Ah. Das ist keine gut... Oh, sch. Zodzi von Dore. E, nie, otzi, isere zahans etsatzte gezoge. Ich kümmere mich um deine Schwester. Ich kümmere mich um deine Schwester. Du hast einen wesentlich einfacheren Weg. Seht ihn euch an. Jetzt auf einmal. Wie ein... Ich hab keine Ahnung. Wie soll ich denn... Ah, doch. Ich trau mich nicht schnell laufen, auch wenn er es automatisch... Okay, wartet. Okay, so weit, so gut. Oh. Oh, mein Gott. Easy. Easy. Jetzt bloß keine hastigen Bewegungen. Ha, 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 Mama. Mama. Noch weiter rauf, warte. Was ist denn hier? Nichts. Wunderbar. Da hab ich mir gedacht. Ne, geh hier rauf. Okay. Komm, 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 komm. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Jawohl. No, no, no. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Oh, das war gar nicht gut. Ha, ha, ha. Das sag ich auch immer. Wir haben genug. Oh, man. Optional. Null von... Ah, was soll's. Komm, gib mir die Federn. Das ist jemand mit diesen Unfähigen. Ach, nee. Das ist das Hauptziel. Okay, wartet. Ich mach das schon. Und zwar... Ich muss erst mal hier rauf. Hopp. Okay. Wo? Hin? Hier. Und... Komm schon. Ah, ah, ah. Mama. Das ist meine. Yes. Eins von drei. Wunderbar. Ja. Jawohl. Ja, super. Und wo ist der? Nummer drei, bitte. Könnten Sie mir das verzeichnen? Das wäre echt lieb. Das ist ein Tier, oder was? Nee, da komm ich gerade her. Okay. Was zum Henker. Okay, könnte mir irgendjemand sagen, wo dieses blödsinnige Vogelnest ist, bitte? Okay. Okay. Ich spring einfach hier rüber. Was soll passieren? Okay. Okay, hier komm ich nach Hause. I don't want to go home. Ich meine, ich könnte das und ich stundenlang machen. Was ist hier hinten? Was ist hier hinten? No. Das ist fies. Der dritte ist nicht verzeichnet. Oder bin ich jetzt wieder mal zu bekloppt hier? Ja. Okay, hier geht's nicht weiter. Das bedeutet... Endstation. Und hier... Doch. Okay. Hopp. Oh mein Gott, wo ist denn dieses blödsinnige... Blöde Nest hier? Ich finde das echt nicht witzig. No, 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 no. Not funny at all. Hier. Hopp. Yes. Okay, wunderbar. Ja. Ja. Ich wollte sowieso runter. Das habe ich extra gemacht. Mein Freund, alles erledigt. Ja. Selbstverständlich. Ja. Nichts. Nein, ich hab dich nicht erledigt. Das hat mich nicht mehr tempofer. Danke. Ich habe mich nach Buhren gesagt. So würde ich die Leute dann wieder mit mir gedacht. Nein, ich habe mich nicht mehr Zeit. Ich kann mich nicht mehr sagen. Ich habe mich nicht mehr Orang Anyway. Ich habe mich nicht mehr�, Raw. Okay, ein Häschen. Jawoll, ich kann ein unschuldiges Tier streicheln. Interagieren, meine ich, oder? Wow, 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 wow. Warte, B, 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 B. Pass mal auf. B. Nicht hinsehen. Ich verstehe kein Wort, aber hier ist irgendwas... Ja? Ja, selbstverständlich ist hier ein guter Ort. Im Bögenwurpfeil fallen. Perfekt. Äh, ich sagte... Ich hab's doch... gemacht, lass mich weitergeben. Oder nicht? Okay, halten. Oh mein Gott, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So, jetzt... Einen Hirsch. Yes! I like it very much. Das kann ich stundenlang machen. Hinweise. I see nothing. Mmh, absolutely. Absolutely, mmh, hier. Frischer Kot. Frischer Kot. Was ist das? Was ist das? und nun aha warte ich muss vielleicht die Forst auswählen oder neuer kommrich guti guti lecker lecker hopp da ah und an den europäischen hohe der bildung ein schlag ist der hier und der heute den 0,0 nix also wie männlich ist das ein hirsch mit einem schlag zu erledigen männlicher geht es nicht das ist die ultimative männlichkeit wenn ihr ihn beeindrucken wollt im schulhof erschlag den hirsch mit einer faust wartet wo ist denn der okay wartet ja sag einmal wo ist denn ah hier oder bringt ein hirsch zum ersten date mit das ist ein hirsch zum ersten date mit einem schlag zu erledigen die die sie die 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 mehr als eine Tierart, Jagen, Köder und Falle kombinieren, Oh mein Gott, Luftattentate, Oh mein Gott, Oh mein Gott, Fleisch von fünf Tieren sammeln Lehekko mir So much things to do! Wir sehen uns im nächsten Part wieder, danke für's zusehen Macht's gut Tschüss! Vielen Dank.